ja wir kommen zu einer neuen folge ich bin es hier auf dem riemann dabei ist Kai ich sag nix dann ist halt noch anderen dabei ich hab ne Waffe und auch nicht doch ich hab meine Sticks alter wo bist du die Seelich 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 wieder schlusslich ist leicht wir in der wir sind immer wieder kann ich wusste e jetzt aber die Rechten Bus 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 auf den Rechten das Leben was er oh mein Gott Lolo sind gar nicht mit der Hand getötet ja ich weiß man hier so Kiste warte ich habe schwer für dich bist du bist du Anton und seine Bombenküste nice man ja auch gar nicht mit ihr ich habe die Niederung schätzt KK ist mit scheinlich die Lose ja gut dann wird auch schwer ich es ist schießt wo ist Uhr ja am Ende er ist es nicht verzaubert so unbenannt er war er also schon welche ja auch eine Eisenachse als Eisbärner denn es ist wieder klug aber zweifelnden Stil sollte lieber ins Geben oder zusammenklaften die Pille ich bin aber nicht ganz gut gekippt ich habe auch die Rüstung zu finden das ist eigentlich nicht Romant die die sie ist ist sie noch 14 Spieler alle um er ist zum sporn oder weil sie die Sprecherin ist sie ist die Wichtiger aussehen als Fittenden was die Kiste zu Prismarien Blöcke russischen ich habe das sie bei Eisen 1 hier noch ein Held für dich du bist ein Hippie hier ist es ein Ferne-Stahl hier ist eine Küste Oh Bombe! Geh weg! hier noch ein besseres Held für dich und noch eine Eisenachst hast du rechts geguckt? Hügt man die Kümmer hoch Sollten wir die Ding mitnehmen, die Melonen, aber ich denke, das bringt nichts mehr Ne, ich hab genug gesehen auszunehmen Ja, ich auch eigentlich mal hier oben ist irgendwas, ne, wir können wir aufs Tag hier sind Schaden mit Eben und ich kann verzaubern kann es unbedingt unter uns, unter uns kommt einer ich kann es nicht verzaubern, ich kann es nicht verzaubern der hat erkennt, wo es zum die Kürze geholt äh, soll ich Goldschutz verzaubern, bringt nichts, oder? Ne Ne Gekommens und erlässt hab ich ein Heidelberg bist du gar nicht gefallen? Ja hier noch für dich ich hab zwei Eisensticker gewesen was ich hab zwei ich bin ich bin alledem ist so um die Kasse wenig wie bei dem Lebergebob sagt er ist denn hier ich bin ich bin schule ich hab zwei Sticks ich bin die Ersten mit Schmissen, das ist von was war es keinem kommt, oder mit dem Bogen kommt ich bin zu schmissen immer ein sie ist ja kein Stil schon was so will man für Eisnachsner noch an die Portions den Bogen und die Flindel Stil bei der Hose guck mal lebt nicht nur mit Schäden müssen und Trecker er ist es geht weil hier noch ein Stück was sie kennen haben wir kommen was man müssen ich hätte gedacht ich sehe hunderteile Blöcke ist er ausbauen die wir wissen was du nicht so viel sie haben schon ein Team ist erlaubt nur besitzt ein Team wo ich hier auch das da unten ist da unten ja sie haben dann haltet Karriere Schusserweiter vom Vorschläge sind die politik Loll das war damit nur als wahrscheinlich er und heilig sind begangen ich habe mich es die liege auch in die doch die ersten kommen kommen hier und lediglich nicht ich habe ich habe eine was wenn ich habe ich okay alle kann man werfen damit ihr schon was brauchst du noch bei der schuld weil ich meine alten schuldet auf die augen an also können wir können schon mehr brauchen könnte verzaubern und ein paar Schöpfchen ich ich jetzt ich kann es auch mal mit diesem Haus zurückgehen St also mehr als lustig er kann die normales Eischen machen und bezaubern dann nach vorne wieder zurückgehen ich hab's jetzt was er finde ich doch ich nehme anstrengend oder sie ziehen weiter weg ist 140 die richtung statt von der kommenden wir kommen da hinten das ist verzaubernd an können wir leben noch fünf spiele okay o ein team noch die fc Felix und die fc ist auch cool und er nimmt noch auf und check ich auf beten Leute ist hier ich bin aber gesprungen ich habe 40 blöcke 40 blöcke ich trinke mal Reckendrank der ist als sie schon mit vollgold ist egal ist egal wenn man rengen kann verschwenden mit ihnen auf jeden fall 1 34 es ist immer wieder voll die da habe ich das beides auch nicht gerade in ganzes Wettbewerb um Schadler ist Kultgeleck okay neilig viel auf 1 8 Spiele ist es aber vorgebracht Klobz und soviel 8 Klinik das kann er mir in der Fakten hier am Ort aber nur schmerzig Kulau ist weil er kann man Bogen auf Paul Witz ich habe auch wohl das ist bei mir das holen dann im Kianne ging für die Sünde übel gut weil die Erschule 7 Rüstung das ist eine die nicht die noch kein Eisenteil die Mützchen und ihr und Gold ich wollte ja okay eigentlich halte Helm aber dieser 1 Gold ich habe es uns vor und weiter weg für morgen mit die Bilder mit dem Bogen so ist er nach 50 Blöcke ich habe ich als Vorlesungsprozess da oder was ab als eingekommen wird er will sterben ja okay dann macht es gar nicht die anderen kommen die anderen kommen das ist ich habe mir Sachen abbauen Komasi Brunner anzunehmen Bogen ist er um den Kopf mit diesen also bis zu Cici die hoch Möse im Anbieter du bist der Apfel Luke da der Quipper die Ahnung die Sonne Kiste es geht ja auf jeden Fall sauber Schwerer vielleicht ist es auch nur schwer hat immer gibt es mir gut mit den Pfeil ich habe nur noch schnell auf die 1 gelegt der Mensch keine Teams ja du lass einfach einen Warte ja die Themen alter ja geh weg ja wenn die doch auch ein Team sind aber das ist eigentlich ok hat wohl so gekoppelt Feuerzeug wollte er ersetzen aber hat es geschafft Teilen hat einfach übel noch lange wecken wir haben einen ausreichend daraufhin kompletten ich bin noch ja ich habe also den Equipel Teil also ich bin wahrscheinlich gegen dich ne also ja komm aber wir können wir jetzt losgehen ok ich bin nicht voll aber egal ja eben deswegen ja ja du gibst mir halt oh mein Gott ich habe mich so viele Pfeile verschossen das verdient auf jeden Fall Mann war ich scheißegal was verdient auf jeden Fall nein okay ich bin zwei genau ich muss essen hey wie lange ich blende nicht guter sein guter sein ist ja es nur ein Jahr ich habe nichts um mich zu heilen sie nur noch eine Chance für mich ich bin jetzt in der Runde Kumpel auch keine Angel ja ja Gigi ich werde es auf jeden Fall verdient ich habe mich so dumm angstellt das war es mit der Folge ist gehen wenn sie mir gefallen hat und Kinder verraten es war so ein kleines Road to Vago weil wir wollen also mit Kaya und Thomas haben einen Server zu kaufen bei einem in den Sommerferien und so ein kleines Road to Vago deswegen spielen wir heute mal wie das geht auf jeden Fall ist es noch nicht sicher aber es wird wahrscheinlich in den Sommerferien halt sein in der dritten Woche glaube ich also ist auf jeden Fall noch hin aber wir wollen halt es sicherlich gewinnen ist echt unser Ziel und ja deswegen hier so ein kleines Road Vago ja und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge Tschüss Tschüss